Oh man, ist das nervig. Was denn? Hierbei rüber zu kratmen. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. Oh nein, ich bin gestrückt. Nein! Alles klar, ich fang da mal wieder. Ich fang da von vorne an. Oh no. Ah, ich sag ja, 250 sollte ich zur Kiste gehen und nicht. Na, warst du bei 250 gerade? Das war 54. Ja, jetzt habe ich noch 134. Ja, da, 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 da. Das ist ein großes Event, kann sein, also deutlich größer als die anderen. Also, es kommt auf jeden Fall krassere Leute. Was? Okay. Oder einfach vielleicht, weil hier mehrere Leute sind. Ich kann es wirklich nicht sagen, bevor es der Kreisgröße ist. das event war jetzt nicht wirklich ich habe auch gedacht das ist größer da ist nicht mal in die stadt von da ist es kürzer ich brauche ja cool vorhin kürzer zum nächsten event also jetzt habe ich ja dann will ich kommen komisch gestern hat das einfach den dienst zur deaktivieren da geholfen dass ich wirklich ziemlich flüssige fps hatte wollte habe ich dir beendet nichts gewusst komisch gleich die grafik auf niedrig schon eher dass das so heftig ist oder liegt das vielleicht auch kommen aufnehmen ich habe das ja auch ohne oberst kräftig los das ist jetzt auch schon da ist nur mit der niedrigere moblichkeit nicht so aufgefallen ja okay das ist jetzt mies verteidigen hier und ausweichen vor allem die gift spinnen was soll so eine scheiße denn ich bin noch nicht bereit auch die hat 250 dann gehen wir gleich vergessen doch hier oben zwischen weil ich wollte mich da hoch kannst du denn nicht so eigentlich müsstest du doch haben hier hast du dich doch geholt bei dem nicht auf jeden fall da da mal los so weiter stampelt vorweist hatte ich noch die falsche um die zogen was hat sich vorhin auch die ganze zeit waren ach so eine exkursion ja es sind wir immer um die ecke läuft ruckelt das pferd bleibt stehen und hier beim passbau hat immer diese komischen fischer also diese schläfler schlägen am boden bis ich habe zu sich ja eh wieder über 100 sammeln dann können wir auch zum event laufen dann können wir auch zum event laufen aber schon richtig das ist sogar da Ja! Obolus ist ja schon nicht mehr aufsammeln Was da? Ich bin noch nicht bereit Oh Ich brauche Zeit für die Vorbereitung Du müsstest doch schon längst alle fünf haben, oder nicht? Ja 574 Ja Wot was sagen Ich kann nicht mehr tragen Ich habe gleich wieder 250 Ich müsste jetzt eigentlich gleich sterben Schreist Der Typ ist auch ein bisschen stärker irgendwie Das ist so wie der Elia Richtig Der macht die Fähigkeiten Oder ein bisschen, ne? Ja Mit Hartei Hast du wieder 250? Ja 20 Dann gehen wir zurück dahin, dann lösen wir das ein Ich höre was Wenn wir uns da halt irgendwie Gegner und töten die Wenn wir direkt an der Kiste stehen Wenn wir direkt an der Kiste stehen Da haben wir gemacht, das ist dir Dein Tod Ach das ist egal Dann sammeln wir dich halt nochmal Wir haben ja mal 15 Minuten Das ist ein cooles Event Hä Doch, hier passt doch gar nichts Hä Ich bin noch nicht bereit Ich bin noch nicht bereit Ich brauche Zeit Um das zu weit 130 überlose dich nicht mitnehmen. Genau und geht auch schnell in die Stadt Ich warte jetzt auf dich Und anderen mit der scheiß Kiste da ich kann nicht vor irgendwie aufmachen danach ist mir egal was passiert ist der rechner aus geht dann komme ich die ja eigentlich hast du noch so schaffen wir es noch die 300 zu besorgen für den post dann mache ich den eben auch das es sind ja massiv wir beide benutzen nicht die habe ja bestimmt weil es ist halt tatsächlich nur hatte was kommt daraus es kommen elixiere raus und der lebende stahl der ist es matt was man braucht und davon kommen nur drei und ist keine einzige ressource das ist schon ganz schön ich musste 300 von den dingern fahren und ich habe noch keine ahnung wie viel man von diesem lebenden stahl braucht oder geschweige denn wo man das überhaupt einlöst aber das findet man ja heraus da ist ja nicht das problem ich habe endlich mal ein ring mit ressourcengeneration als wenn es das gibt das ist doch dass das spiel mich doch gerade an könnte sein ich habe jetzt auch schon so viele theorien gelesen was das mit dem rock zu tun haben könnte manche sagen das ist der zweite monitor und schuld andere sagen das ist was weiß ich was und ich bin da wirklich komplett überfragt ich weiß die hände sind ja richtig gut die haben leider nur zwei auf 1 schad sie hätten drei haben können aber es ist ja erstmal egal hauptsache die haben krit chance die haben mit text werden das dritte kann ich drauf würfeln was gut die sind gut ich glaube nicht dass ich das draufgewerfet kriege war aktuell das klingt mit gar nichts in diesem spiel aber vielleicht doch so old junk weg machen und gehen wir doch mal zum okulotisten werde ich schon erst mal westliches zeugs was da auf dem boden liegt und dann ist die helltheit für mich jetzt noch erst mal abgeschlossen weil mit christlich habe ich hier nicht mehr ja wir haben gerade etwas verpasst natürlich lasst mich doch mein zeugs luten ich bin durch partei gegangen hatte 5 fps method waren jetzt die dreckskiste ich brauche zeit für die vorbereitung ich brauche bewegungsgeschwindigkeit auf den schuhen kann ich dir nicht sagen und speed cold feiern leitungs ist ja das stopp das hat movement speed der voll resistent hat blitzes ist zum schatten aber besser als meine heiligen stiefel sowas habe ich noch geludelt lucky hin perfekten aspekte bereite ich mal ich will weg soll aber schon war ich mir nicht sicher aber ich denke die meisten da waren es so viele sachen drauf die ich frau junk und jetzt zum okulotisten und jetzt muss ich das da auf meine hände drauf freuen einfach das haben drauf freuen was ich haben will dann bin ich glücklich wenn das jetzt fast zwei klappt dann sind die letzten drei stunden nicht passiert und dafür muss das jetzt wirklich fast zwei klappen damit das passt und dann machen wir das weg vielleicht im dritten am vierten 6 vielleicht im siebten da kommen wir machen ja so an damit das muster für ein aspekt drauf das wird den eis schatz nämlich schon besseren so mal auf den ring will ich halt ressourcen regenerat aber das ist halt komplett müllig gerollt erst mal annehmen also du hast doch bestimmt noch heilige sachen da ich habe dann noch nicht mal allein das bringt doch schon hundert mal mehr rüstung dann geben ringe rüstung widerstehen der mann dann kommst du weg du kommst rein erst mal zum gambler keine falsche scheu reicht mal rüber los machen wir meine hände ach mit die hände wie sie mir gefallen dankeschön wollte ich doch auf die hände haben oder ich glaube schon kann ich auch gleich direkt upgraden behalte ich erst mal auch wenn die einzige weniger auf eis schad geben sehr wurscht ich wünsche euch glück und gute geschäfte ich wünsche euch glück und gute geschäfte ich richtig verfluchten respekt nicht wo ist denn der gambler was gäbe ich denn was gäbe ich der war am besten alles schmutz ich meine ich will ja eigentlich nur aspekte gamble als andere ist ja eigentlich gut sein das brauche ich aktuell nicht das wäre cool also gamble ich helme oder brust oder offen für würde und was habe ich hier ein großen helm nein ach guck mal hier habe ich zwar nicht ganz so cool aber und dann mache ich jetzt den rest in fokus das das erzählt nur euren freunden wo ihr es her hat das 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 ich bin noch nicht bereit ab sofort habe ich gerade beschlossen dass ich den ab jetzt auch als müll abstempel ich weiß gar nicht was ich heute gucken soll für den stream ja ich gucke gerade auch kein aber ich gucke mal rein ob irgendwas ist ist nichts marbles bei der mann vom pizmi kommt doch erstens bei einer stunde irgendwas das kommt doch jetzt morgen raus wie können denn das schon spielen der vorbesteller scheiße wahrscheinlich eigentlich ist der release davon erst am zwanzigsten meiner meinung nach ist das heute noch nicht offizieller dieses morgen der 20 10 deshalb dank sony schon dadurch natürlich ich habe da ja wirklich eigentlich nichts geben weil das gibt mir so auch verheiratet ich bin was soll das was macht dieser irgendwie besser dass die das dürfen ist ja auch immer nintendo tat zu teilweise mit diesem dom tendo der lander schon teilweise spielende woche vorher spielen da bei welchem spiel war das jetzt und das zwei jungen pokémon total dumm und immer wieder 120 stunden stream ja die hatten sie doch was das jetzt so viel kommen damit diablo und spiel und spiderman und weiß ich was die da noch alles spielen sich an die füße so jetzt gehe ich erst mal nvidia d l s s super resolution habe ich an ist das von city skylines 2 24 damit ich das darf auch wieder jemand erspielen ja es ist endlich da außerdem cs2 und in city skylines 2 staff die tante hier spielen sind sich versteht alles nicht mehr maurice weber darf das spiel schon joker stay darf das spiel in writing boulder zu spielen und marta darf das spielen debitor ich spiele es kann alle absolute verzweiflung so genau ich wollte jetzt noch schnell mich um die aspekte einmal kümmern und dann können wir los zu liegen morgen früh einfach mit hund zum tierarzt und keine ahnung keine ahnung was so scheiße auch so wenn du hunkong ich würde mal sagen ein altersvorsorge check kann ich leben jetzt ist jetzt 11 ok dann darf man sowas machen um 9 uhr ich muss früh aufstehen ja wir sind durch neun uhr ist ja nicht früh ja stimmt neun uhr geht schon neun uhr geht schon ich brauche auf jeden fall dieses wusste mein avalanche das will ich auf jeden fall drauf haben auch wenn der ring eigentlich muss ist aber ich habe einfach die hoffnung dass ich dieses den aspekt einfach noch mal finde ich hatte den vorhin das weiß ich und schon ich weiß dass ich den hatte macht mich nicht schwach ich weine danke ich muss nur drohen dass ich meine dann sagt das spiel hier nimmt so auf die hände halte durch eis schatz drauf das ist gut da hat sie jetzt schon gestehen das ist schon gefunden das so beschissen das müssen so revisions aspekt gibt man im shadowsteppens weiter aufladung und dann habe ich doch auch dann mache ich das auf den kopf brauche ich auch zwei woche ich eigentlich auf die brust habe ich aber aktuell die juni brust an das heißt das würde auf die beine erstmal kommen der avalanche ist auf jeden fall schon mal wichtig wo ist der okulut ist ja heißt so extrahieren einmal das bitte dann gott sei gott sei gott sei habe ich das gold dann fangen wir an mit auf diesen ring erst mal und dann hoffe ich dass ich den noch mal wieder finde den park aspekt da brauche ich dass ich mehr schaden mache an und die waffe mache ich glaube ich erhöhter schaden während ich eine barriere habe ich habe halt auch wirklich noch keine guten beine zum beispiel gefunden die sind ja komplett ich hätte einfach mal gerne einigermaßen gute beide mit einigermaßen guten stets seite weil das ist ein paar dungeons laufen was jetzt machen auch keine ahnung nicht wurscht das so oft lustig auch alles ich mache jetzt einfach alle meine keys kaputt weil du hast ja bestimmt und dann lass uns dann schon laufen wir können auch hier dieses knochen hand kopf gut du uns einmal machen wenn du willst das war auch da beim baum der dungeon den du dann nochmal machen wolltest auf der stufe ach so ja stimmt einmal mal gucken ich sehe gerade ich muss rappen und dann komme ich da hin und verdammt schlechter rappen bin ich so musikalisch die hier Vielen Dank.